Ich habe hier so einen Ruf zu machen, den ich nicht hinbekommen habe, aber Entschuldigung, Jonas. Die Hose frisch aus der Wäsche und dann wird sich schon mit der Hose rein. Mit Kaff am Kitz. Ja, wir stehen da. Scheiße. Kannst du mich für mich zurückfüßen, hier? Ich habe schon. Warum ist Thailand ein Dracker? Das fragen alle. Ist nicht so schlimm, Paul? Ja, weil sie so stark ist. Ich will niemanden verunsichern. Ja, Mann, let's go. Schick ihn, was der Fall ist. Schick ihn zurück nach der Sonnenbruch, wo er hingehört. Ja. Ja. Das wäre ja absolut so schlimm. Ja. Ha. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020